Willkommen zurück zu einer weiteren feuchtfröhlichen Folge Assassin's Creed Valhalla, freut mich, dass du da draußen wieder ganz feuchtfröhlich mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die feuchten Menschen, die das pitsche patsche nasse Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr wollt supporten, ihr wollt gewinnen, euer Wunsch ist mir natürlich Befehl, einfach nur bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen und für welche Plattform ihr dieses Spiel hier gewinnen wollt, für den PC, die Playstation oder für die Xbox und natürlich kann man das Spiel auch direkt upgraden auf Next Gen. Die neue Xbox, die Playstation 5 sind natürlich damit auch direkt versorgt. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Es ist ein großartiges Spiel, ich habe sehr, sehr viel Freude damit. Es sieht gut aus, es ist wunderschön, es macht Bock die Welt zu erkunden. Positiv überrascht. Ich dachte bei den Previews noch so, naja, mal gucken, ob das so toll wird. Aber jetzt, irgendwie hat mich das Spiel komplett in den Bann gezogen und ich spiele es echt sehr, sehr gerne. Was war denn das? Was war denn das für ein Tier? Habt ihr es gerade gehört? Okay, klang wie ein bösartiger Grizzly. Mr. Grizzly. Erstmal hier oben hin. Ich würde nämlich gerne hier mal die Gegend erkunden, weil hier kann man wieder super viel Zeug mitnehmen und die Sachen, die holen wir uns noch, die schnappen wir uns und dann geht die Story weiter. Wahrscheinlich alles in einer Folge, ich werde es versuchen. Haarhöl. Okay, kann ich hier hoch? Keine Feinde, oder? Nee. Oh, ein Geheimgang, Alter, hier gibt es so viel Zeug. Okay, mein Freund, dann schlag dich mal in die Spitze von diesem riesigen Gebäude. Ah, Moment, hier kann ich doch bestimmt irgendwie rüber gehen. Ich finde bei Nacht sieht das Spiel echt cool aus. Und das sag ich. Ich meine, wer meine Let's Plays kennt, der weiß, ich hasse normalerweise die Nacht. Aber hier, so mit Schnee und den Lichtern, oben das Nordlicht und die Städte und Lager. Geil. Mega, mega geil, oder? Kann sich sehen lassen. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Na also. Okay, warte, hier kann ich... Wow! Wow! Ich dachte, hier könnte ich irgendwie runterspringen. Achtung. Freund. Okay, wir gehen lieber den etwas langsameren, aber dafür nicht tödlichen Weg. Schwupps. Schwupps. Und ich bin unten. So, jetzt haben wir hier die Schnellreise. Warte mal, hier ist noch ein Minischatz. Irgendwo hier ist noch ein Minischatz. Und es gibt ein Geheimgab. Na gut, wir gehen mal rein. Ins Dörfchen. Glücksspiel. Nebenmission. Ah. Okay, ich brauche eine Truhe. Hast du die? Ja, ich brauche eine Truhe. Ich brauche einen Schlüssel. Willkommen, Krieger. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge. Unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Die Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war's ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfter an der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er tog ihn in der Nacht, in der er starb. Ey, Eivor? Jetzt erkenne ich dich, Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Kjötvi dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war's nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kjötvi gekämpft. Ich bin geflohen! Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Ich will nicht sterben! Müssen wir den wirklich töten? Du bist nicht gefragt! Echt jetzt? Äh, es tut mir leid. Ah! Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, was ist hier los? Wollen die mich jetzt auch töten? Äh, wo ist der Feigling hin? Ah, hier drüben. Bam! Deine Freunde hast du auch noch mit reingezogen, ha? Alles klar, dann muss ich wohl die ganze Bande erledigen. Hat der eine eben gerade mit Kacke geworfen da hinten? Oh, ihr sollt bluten. Zulke wird in der Stadt bleiben. Hinter ihren Mauern ist er sicher. Tja. Ist er mir jetzt entwischt? Oder habe ich ihn nicht eben gerade hier erwischt? Wer war das denn? Es ging alles so schnell wieder. Das sind Sachen aus meinem Haus. Und wo könnt ihr einen Schlüssel für das Ding haben? Es würde mich ja brennend interessieren, mein Freund. Warte mal, hier oben gibt es wieder so eine fliegende Notiz. Und da fliegt sie davon. Hinterher! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, so ist gut. Darf sie auf keinen Fall verlieren. Genau. Du sagst es, mein Freund. Okay, wo will es hin? Doch, wo will es denn nun hin? Schwupp, schwupp. Kannst du bitte mal stehen bleiben? Das wäre sehr freundlich. Nein, 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 verschwinde nicht. Ey. Oh, ich hab's. Tattoos, Mann. Wer kennt's nicht? Die schwabbern immer durch die Gegend. So, dann haben wir hier noch... Oh, yes. Level up. Ach ja, übrigens. Ich hab hier die Fähigkeit. Ich hab hier die Fähigkeit. Was ist hier drüben los? Moment, 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 Moment. Ich hab so viel zu tun. Warte, 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 warte. Hier ist... Auf jeden Fall ein Schatz. Ein größerer Schatz. Ich muss nur einen Weg da hinein finden. Was treiben die hier, die beiden? Die beiden Lümmel? Die boxen sich und kloppen sich. Okay, hier haben wir noch die Tür. Da ist er doch wieder. Jetzt... Jetzt bleib doch mal stehen. Wie kann man nur so feige sein? Und so schnell. Jetzt endlich. Meine Güte. Dankeschön. Ich hätte ja mit dir kommuniziert, aber... Tja. War mir leider nicht vergönnt. So, jetzt gib mir das hier. Warum bekomme ich denn hier einen Garnknäuel? Was kann ich damit anstellen? Okay, jetzt holen wir uns hier drüben noch die Truhe. Oh, oh. Oh, darf ich hier überhaupt rein? Tja, aber ich kann hier durch. Huh. Nein, will ich nicht. Na gut, dann werde ich euch einfach alle töten. So. Der Troll wird euch fressen. Bam. Ihr seid stabil, aber nicht stabil genug. Boah, yes. Schöner Konzer. Da wird er weggeprügelt, als gäbe es kein Morgen. Okay, von der anderen Seite verriegelt. Ja, du gehörst mir. So. Aufgeräumt. Ganze Bande hier erwischt. Ah, wie komme ich hier denn rein? Schauen wir mal. Ey, in dem Spiel bekommst du wirklich gar nichts geschenkt. Was ist das hier? Ich hab da was gesehen. Huh. Okay, die Tür ist auch verriegelt, ne? Ja, aber die ist ja auch verriegelt. Ah, warte mal. Ich hab eben gerade irgendwas... Irgendwas hab ich hier drin getroffen. Und auch zerstört. Man könnte wahrscheinlich den Riegel auch... zerschießen. Ha, aber nicht so. Gibt es irgendwo vielleicht einen Weg unten durch? Ah! So. Da oben. Man denkt immer so kompliziert, dabei ist es doch so leicht. Oder auch nicht. What? Jetzt. Dachte schon. Ein Hort Befehle. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an letzten Sommer. Okay. Die bunkern hier. Die Hunde bunkern. So, dann gibt es hier noch was zu erledigen. Okay, was haben wir hier? Noch irgendwas, wo wir uns schnappen können? Wahrscheinlich da oben. Na komm! Hoch mit dir, du Rabauke! Moment, Moment, Moment. 26 Meter hier in die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Äh, ist das irgendwo hier, hier drin? Bist du's? Brief oder... Irgendwas da oben. Moment, hier komm ich nicht ran. Ach, wieder so ein, so ein Zettel. Oder was? Hä? Ist genau hier vier Meter vor mir. Ich hab keine Ahnung. Aber es ist auf der Höhe. Ich seh's nicht. Ich bin blind. Einfaches Angebot. Irgendwelche Notizen. Was haben wir hier? Ist das hier so ein... Battle der Dichter? Und noch eine Nebenmission. Okay, schauen wir uns das hier mal an. Es gibt so viel in der Welt zu entdecken, also... Man ist schon bedient. An jeder Ecke bleibt man kleben und hat irgendwas zu erledigen. Hier ist noch ein Schatz. Geheimgang. Hello, hello, hello. Jemand hier? Nee. Wie komm ich denn zu dem Geheimgang? Der sich auf meiner Höhe befindet. Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Kampf! Eivor Wolfsmal! Bist du es? Ja, ich bin's. Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dörbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemanden des wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Die sollten wegen mir besorgt sein. Ha 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 ha. Na dann, zeig mir mal deine Männer. Was wird das hier? So eine richtige Schlägerei oder... Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Ah ja. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Hafen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Outbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arshild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Tor geht's. Rolf! Wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Der ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werd ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Hör zu, das ist Eivor Wolfsmahl. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmahl! Ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Ich wäre... Kämpft! Oh, Mann. Der Heim ist schon raus, oder was? Alles klar. Oh, schöne Kelle. Zack! Oh, 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 Kumpel. Do you want to know, right? Okay, er kann was. Ist auf jeden Fall der Beste. Nimm ihn! Der rudert den Karren allein. Richtiger Bär. Natürlich keine Chance gegen mich, aber... Aber nicht schlecht. Du wirst erst gegen mich kämpfen müssen. Vielleicht setzt du dich lieber wieder. Nein, nein, mir geht es gut. Kümmer dich nicht um mich, sondern lieber um dich selbst. Der schmeißt... Moment, was? Wie, jetzt der darf nochmal? Alter, der ist relativ groß. Tja, wen soll ich nehmen? Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Turgels es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor? Der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf. Ach, du hast mich übers Ohr gehauen. Weißt du, das wusste ich gar nicht. Ah, du elender Schweinehund. Man kann heutzutage niemandem mehr trauen, ne? Es gibt keine Edel-Ihren-Männer mehr. Was ist nur geschehen? Aus dem Weg, kleine Göre. Guck mal hier, ich hab den Geheimgang ja schon gefunden. So. Gold, 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 Gold. Ich sehe nichts. Ich bin komplett blind. Und wir bekommen einen Kohlebarren. Oh Wunder, oh Wunder. Wie hätte denn damit gerechnet? Echter Kohlebarren. So, haben wir hier noch ein Duell der Zungen? Oder was haben wir hier drüben? Was erwartet uns hier? Mann, die Folge ist ja schon wieder fast rum. Es geht hier weg wie nix alles, ne? Hier haben wir noch einen Händler. Ah, gehen wir das mal hier hin. So, Döder. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. Ha, 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 ha. Da, kennen wir uns? Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Na gut. Sehr gern. Ja, machen wir einen kleinen. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Hast du schon jemals so starke Muskeln gesehen? Jemand, der dich sieht. Wird der Hunger vergehen. Jedem, der dich sieht, wird der Hunger vergehen. Komm schon. Ist das alles, was du kannst? Was? Das war doch gar nicht so schlecht. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut aus. Mhm. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das ist fantastisch. Nur weiter so. Trafst du jemals schon wen mit so schnittigem Schneid? Schneid. Schnittigem Schneid. Das ist kein wirklicher Diss. Obwohl, das eine ist eigentlich am besten. Du hast Schneid wie eine Keule. Bist einfach nur breit. Dankeschön. Das gefällt mir. Großartig. Selten trifft man einen so zankesbegabten Menschen. Deinen Gewinn hast du dir redlich, zankredlich verdient. Deine Beleidigungen merke ich mir. Ja. Äußerst gern geschehen. Ja, ne. Ich hab schon bessere gemacht, du. Ne, ich hab schon bessere gemacht. So. Was haben wir hier? Ein Händler. Wie komm ich zu dir in den Laden? Einmal komplett außen rum. Na, guter Mann. Ich steig dir auf den Tisch. So sieht's aus. Entschuldigung. Ab und zu bin ich ein wenig übermütig. Also. Oh. Ich hab gar nicht so viel. Warte mal. Ist das eigentlich alles Schrott? Oder Plunder, ne? Plupp. Kein Problem. Ich brauche das hier. Davon kann man im Moment nicht genug haben. Gib mir mal hier. Keine Ahnung. Jahrhundert. Ja, ja, ja. Ein bisschen Eisendienstars. Kennst du ja, ne? Ein bisschen Eisendienstars, mein Freund. So ist das eben. Oh Mann, die Folge ist schon wieder rum. Ich hatte eigentlich noch so viele große Pläne, aber. Hey. Was willst du machen? Noch schnell saufen gehen? Ah. Die Kreuze bedeuten, ich bin durch. Okay. Gehen wir noch ganz schnell saufen. Obwohl. Saufen machen wir in der nächsten Folge. Sorry. Ich weiß, aber. Ja, ich mach so viele Videos. Ich mach so viele Videos. Irgendwo. Muss auch mal wieder Schluss sein. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Seid einfach dabei. Dann wird gesoffen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und. Tschüss.